Lennherrscher so und willkommen zurück zum Mittelerde Schatten von Mordor wir müssen jetzt diesen Dummkopf suchen Ok, der ist hier in dem Gebiet auf jeden Fall Sohn Der ist er ja schon Nein, jetzt habe ich ihn getötet Jetzt habe ich ihn getötet, ich glaube das nicht Das ist jetzt der Dolch Ja, kann man eine neue Rune nehmen Was haben wir denn hier so schön alles Wir haben inzwischen ganz schön viele Ruhnen Steigt hier 50 Gesundheit wieder her Erhält die Chancen im Niederschlag Dolchhofer oder Dolchhaag Interessiert mich nicht Brandmarkung Immun gegen Gift brachte der Effekt von 1 mit Naturruhenstab Wollen wir den machen Naja, gut Obwohl, jetzt könnte ich doch theoretischen Häuser auslocken, oder? Okay Zieh mal Das können wir auch gleich machen Dann machen wir eben hier Wenn du den Auftrag beginnst, betrittst du ein neues Gebiet über die Karte M Kannst du jetzt seit nach Udun zurück, ja, in dem du schnell reiste Nach durch, dass jedes Gebiet besitzt eine eigene Armee Äh, nee Dann erstmal nicht Dann gehen wir wirklich erstmal hier hin zurück Okay, wir spielen also den Geist des Ringschmiedes Nicht des Eindringes, sondern des Ringschmiedes Der Ringe So Jetzt muss ich jedes Mal jetzt alle Hauptmänner töten Der Häuptling wird sich an den Legenden deines Schwertes beweisen wollen Okay, dann wollen wir mal Ich war zu weit weg, um zu helfen Doch ich sah an der Tag sie alle niederst Wir werden nicht stecken Ich zünd das Leutwun an Zappel nicht auf Haltet euch den Rücken frei, wenn ihr eure Zollverstärkung Den Uruk hab ich eh gehasst Ich hab ihn fast So Zack Ja Weg mit dir Ich schiehe Ich brauche Hilfe Fünde das Leuchtfeuer Ich seh' ihn. Sünde das Leuchtfeuer aus! Sie hat sich geschnappt! Es waffnet ihn! Nein! So. Haben wir noch Gerette gekriegt? Die Menschen und Elben werden sich umschauen, wenn der Meister zurückgeht. So. So. Ah, wunderbar. So. Ratschen wir jetzt. Hopp! Grob look, Grob look! Grob. Grob look! Grob look! Grob look! Grob look! Grob look! He was dir anderem! Roder! Häyah! Arrrr! Gah! 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 Du! Get her heran! Schau, schnack dir ihn! Marde! Mensch zeigt keine Gnade. Ich auch keine Gnade zeigen. Ich bin der Verstärkung. Wir haben einen Einblick. Soll er dieser Verjährung nicht. So, das war der Häuptling. Jetzt müssen wir schon wieder einmal alle Häuptlinge töten, damit wir... Oh, ja. 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 Der ist ja nicht so. Da ist Kiel? So, das war das Adler-Auge. Gut. Dann machen wir jetzt glaube ich, dass wir die Quests weiter. Ach so, meine Fertigkeiten. Was ist das denn? Geisterstoß. Ah. Wunderbar. Bereich... Bereichsbetäubung ist immer gut. Wo der Jagd zurückgekehrt bin, habe ich etwas seltsames gehört. Okay. Der Geruch von frischem Fleisch lockt stets die Wildtiere herbei. Und die streifen den Rudeln umher. Wir sollten gehen. Sofort. Die Königin wird froh sein, dich zu sehen. Wir sind da. Schöner Ausblick. Die Königin des Meeres. Oder? Der gefallene Waldläufer des schwarzen Tors. Komm her. Bisschen Blassungen oder so wie sie. Nicht für dich, Talion. Es bleibt nicht viel Zeit. Schon bald wird der dunkle Herrscher mit seiner Armee ganz Bordor einnehmen, aber eine starke Macht kann erweckt werden, um ihn aufzuhalten. Bin ich deshalb hier? Begib dich zu Morgots Narbe. Entwende das Elbenberg von den Ghulen und finde den Zwerg. Halt durch. Welches Leid plagt deine Mutter? Niemand weiß es. Seit ihren Reisen geht es ihr noch schlechter. Gibt es kein Heilmittel? Es gab eins. Doch unser Lager wurde überrannt. Wir können nicht zurück nach Gondor Juret. Dein Adliger vergisst nie eine Schuld. Es gibt noch andere Orte in Mittelerde. Vielleicht nach Rohan. Oder nach Norden. Eskaroth. Uns andere Namen geben und neu anfangen. Bla 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 bla. Ich muss den Weg zu Morgots Narbe finden. Womöglich können wir die Spur der Ghule an der geplünderten Karawane, die wir sahen, zurückverfolgen. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh. Aber wir sind jetzt im anderen Bereich von Mordor. Und Tumhorn haben sich wieder in die Haare gekriegt. Wir können auch wenn unsere Penisse kreuzen. Okay. Kressen. So, der Turm ist aktiv. Eine Festung meines Hauses. Errichtet aus Steinen der Erinnerung. Oh, hier gibt's komplett andere. Alter, Walter. Ja, gut. Nicht nur der Grabwandler kann den Tod übernisten. Ich habe den Tod schon öfter ausgetrickst, als ich Sklaven gefressen habe. So viele tote Uruks. Ich sollte den Ghulen danken, bevor ich sie töte. Ghule sind Arsfresser. Sie rauben alles, doch lassen eines zurück. Ich muss den Spuren des Ghuls folgen. Da ist unsere Spur. So, dann gehen wir den Spuren des Ghuls nach. Wurde Zeit, wie führen wir Mervin später? Ähm. Der Geist wollte mich verbrennen, aber ich bin noch hier. Hier muss der Grog von vorhin sein, der mich hart gemacht hat. Hier! Du bist mein! So, dann schauen wir uns mal ein bisschen zu sein. Endlich bin ich frei. Wurruks! Seit der Grabwandler den Hammer getötet hat, haben meine Soldaten Angst. Es wird Zeit, Gondor zu erinnern, dass... Wurruks herrschen! Du galtige Morde! Warte! Ich rieche etwas! Versuch doch, wenigstens nicht zu wehren! Moment! Ich rieche etwas! So, zack! Wir finden, damit ich den Schnitt machen kann. Der Grabwandler wurde schon länger nicht gesehen. Denkt ihr, er ist endlich? Der Grabwandler wurde schon länger nicht weggebracht, aber... Ich rieche etwas! Ich rieche! Ich rieche etwas! So! Drei Leipzig! Ich rieche etwas! Ihhh, wie sieht der denn aus! Der Grab! So. Im Herzen der Gefahr ist Schleichen meine beste Waffe. Oh man, äh, jetzt darf ich hier nicht laut sein oder was? Hier oben bleibe ich ungesehen. Ghoule fürchten die Flammen so sehr wie das Licht. Das könnte mir von Nutzen sein, wenn sie uns überwältigen wollen. Tütütütütü. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Ja. 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 Wohin muss ich laufen hier. Wohin muss ich laufen hier. Eine Schatzkammer. Dein Erbe muss sich dort befinden. So, Sequenz. Und danach mache ich den Schnitt. Ah, der Hammer. Ah, der Sauren hat den Meisterling geschmiedet. Wir wurden verraten. Seine Macht brennt wie Feuer und stürzt ganz mittelerde ins Zitterkunft. Gondor, was ist das für eine Kreatur? Gullmantronen. Gullmantronen sind gefährlich. Sie schlagen stets zurück, wenn du sie angreifst. Also sei bereit, ihnen schnell auszuweichen. Wir werden angreifen, bis bloß noch unsere Knochen verbleiben. Hoppala. Alter. Haben wir es geschafft? Nein, haben wir nicht. Ja, warum hängt meine Maus jetzt? Naja, egal. Gut. Ähm, dann danke ich für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.